Hallo Zeppu und Co, alles Gute zu 25-Jährigen, Jubiläu, Mie! Ich muss sagen, ich kenne dich jetzt auch schon sehr lange, ich glaube 16 Jahre. Ich weiss noch mal, du hast deinen 9-Jährigen im kleinen alten Arizona im Legendären, wo man immer einen Kaffee bekommt und das war mein erstes Kontakt mit dir und den Gitarren. Ich habe auch meine erste Gitarre bei dir gekauft, ich weiss nicht genau, eine Tanglewood, meine Lieblingsgitarre. Die erste habe ich zwei Geschenke bekommen vom Res, ein wütiger Res, und von dieser habe ich dann so noch Tanglewood gekauft und natürlich noch weitere Krafter und Martin und so weiter. Also es ist die beste Gitarrenladung, die es überhaupt gibt in der ganzen Schweiz. Das darf ich auch sagen, es ist für wahr ein Talentschmetter. Merci vielmals Zeppu und allen zusammen, was ihr in diesen 25 Jahren geleistet habt. Und Zeppu, ich hoffe, wir sehen uns beim 50. Jubiläum wieder, dann sind wir beide noch älter. Aber alles Liebe, von Herzen alles Gute von Unisono und bis in 25 Jahren wieder. Peace! Dann haben Sie Dich, die ich noch eine Stunde die Oberfläche am Ende der Gebet. Ich bin mir ein Talentschmetter. Ich bin mir ein Talentschmetter, wenn ich die Oberfläche sehe, und ich bin mir ein Talentschmetter. Ich bin mir vom Bauchttemberger, für einen Talentschmetter, bei mir schluss, aber ich bin mir Glück, aber ich bin mir torque, es ist für eine Talentschmetter. Ich bin das Talentschmetter.